Musik Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Neo the World Ends With You Weiß jetzt warum ich nicht überall die Krönchen hab Also es ist nicht immer so, dass man da irgendwelche Dings machen soll Sondern es sind bestimmte Neues, die man bekämpfen soll angeblich Damit man dann hier auch... Warte, ist falsch gegangen Oh, cool Wir haben ein neues Dings bekommen Äh, pack ich mal hier hin Oh Ja gut, oder auch nicht Ich hab irgendwie nicht gesehen, dass der so eine große Umrandung hat Ähm Mach ich das mal so Ach, schon wieder falsch Nein, Lüde Und zwar kriegt man dann hier diese Geheimberichte Und das hängt damit zusammen Nö Also mit diesem Hönchen hier angeblich Und, äh, ja, die krieg ich erst, wenn ich das Spiel beendet hab Wisst ihr was? Ich mein Machen wir's doch einfach mal Ich hoffe doch Dass ich das hinkriege Ich mein, wir haben ihn ja schon mal besiegt, ne? So Ah, ne, falsch Zumal ich ja auch davon ausgehe, dass, ähm Ähm, ja, der ultimative Dings auch dann freigeschaltet wird Schwierigkeitsmodus Ich geh gleich mal zu Summendrings Tja, da wären wir, aber keine Spur von ihm Ja, mein Reaper-Radar schlägt nicht an Äh Wenn er sich unter Wasser versteckt, muss er irgendwann Luft holen Ah Moment, seht mal dort Da unten ist er Er steht offen Der Zugang zum Fluss Aha Ist so, so, Kishi, womöglich stromaufwärtsgeweiz Kreist Nehm, neues Foto Sieht danach aus Was, mal sehen Hier Oh Dann müssen wir ihm einfach hinterher Der Typ lädt uns ja quasi ein, jo Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist Und ich kann uns rein teleportieren Okay, dann nichts wie rein Bitte noch nicht Ich will vorher noch zu Summendrings Oder? Kann ich noch nicht Okay, ich kann noch nicht Ja, ja, sorry Warte, ich will trotzdem vorher mal überspeichern Ah, nee, warte mal Falsch Teleport Okay Sind wir unter der Erde? Das ist der Shibuya Verdammt komisches Versteck Aber ich sehe ihn nirgends Komm schon, gib uns ein Zeichen, Kaiichi Kaiichi? Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht Was hast du denn dann gesagt? Ah, äh, wen juckst? Such einfach weiter Immer noch keine Spur von ihm Das war jetzt bestimmt nichts Gutes Lass uns fürs Erste zurückgehen Was? Versperrt, wir sitzen hier fest Was zur Hölle ist da los? Zwingt uns der Kerl, äh, Miss Kale noch tiefer reinzugehen? Das bringt doch nichts Äh, der Fluss fließt in der Nähe der Cat Street Und verläuft ausschließlich unterirdisch Es gibt keinen Weg nach draußen Suzuki hat uns also wieder reingelegt Verdammt Aber warum? Warum? Okay Von ihm Ihr Opfer bleibt genau, wo ihr seid Ja, nicht bewegen Als hätten wir ne Wahl Gib her Ähm, hey Was? Hier Was hast du ge... Ich hab ihm gesagt, er soll sterben gehen So heißt's Ähm, okay Ähm, okay Rindo Und jetzt Er fällt mir ein Hat es heute wieder ne Mission? Ja Stimmt, Neko hat es ja auch Ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung Was los war Doch wenn wir verhindern wollen, was passiert Dann müssen wir einen Weg hier rausfinden Ja Beat und ich suchen einen Ausgang Nur ihr zwei Ja, so können wir effektiver suchen Meldet euch aber regelmäßig Wenn was passiert, kommen wir zu euch Gut, passt euch Passt auf euch auf Oh oh Das kommt gar nicht gut Früher haben Neko und du gesprochen Wir teilen uns auf, um nach einem Ausgang zu suchen Oh, okay Hey, äh Es tut mir wirklich leid Was denn? Ich dachte, wir könnten Susukishi vertrauen Alle guten Falle sind zwei, würde ich sagen Ich hab ihm, äh, gestern geschrieben Wegen Tsugumi und Neko und so Weil was mit Shibas Kräften nicht stimmt Er findet sie auch merkwürdig Und wollte uns helfen Doch jetzt hat er das abgezogen Warst du deshalb so wütend auf ihn? Uff, tut mir so leid Ich bin so nutzlos Du bist nicht nutzlos Du bist immerhin eine große Hilfe Wenn einer nutzlos ist, dann ich Machst du Witze? Du kannst die Zeit zurückdrehen Und das ist nutzlos? Keine Ahnung, es ist nur Neko war nicht begeistert von der Idee Meine Kräfte einzusetzen Doch, das hat er nicht zu entscheiden Das bestimme ich Was denn? Vergiss es Schon gut Okay Der Fluss fließt den ganzen Weg Unterirdisch diesen, äh, Weg Durch diesen unterirdischen Tunnel Nicht, wahr? Soweit ich weiß, ja Wie ich befürchtet hab Das heißt nichts Gutes Was soll das heißen? Shibuya ist im Grunde genommen ein Tal Und der Shibuya Durchfließt, äh, dieses Tal An seinem niedrigsten Punkt Damit willst du also sagen Wenn es richtig, äh, häpftig Anfängt zu regnen Sind wir gefert, oder? Oh Mist Na und? Ein bisschen Regen bringt uns schon nicht um Ertrinken können wir eh Können wir nicht mehr Wir sind doch schon tot Sagst du Wir sind gar nicht tot Und dabei würde ich es auch gerne belassen Ach ja? Ich glaube, ja Ich möchte glauben Dass uns die Kühlumarmung des Todes Erspart bleibt Aber das können wir nicht Mit Sicherheit sagen Verzeiht den raschen Themenwechsel aber Hat das gerade noch jemand gehört? Was gehört? Ja, was ist das? Hm? Osuki schon wieder? Geht's euch gut? Wehe, ihr habt den Löffel abgegeben Ja, uns geht's gut Was für eine Erleichterung Dann bleibt euch dieses Chaos erspart Welches Chaos? Was ist los? Bist du blind? Shibuya wird auseinandergenommen Was? Es ist ein Schlachtfeld Alles die Quasien trümmern Ähm Ähm Mist Ne, wir sind nicht blind Wir sind nur Gerade unterirdisch Was war das? Was Hölle ist da oben los? Was ist los? Osuki, bist du da? Sie liest meine Nachricht nicht Okay Versuch was aus ihm rauszukitzeln Aber der redet nur Mist Der ist im Kanonsteam Willst du Willst du vorbeischauen? Yorindo, das ist gar nicht gut Ich bin durch ein Loch In der Decke raus Hier draußen ist Chaos Unmöglich Was ist denn? Okay What? Ist das Shibuya? Ja, es ist es Und die Stadt fällt Wo gerade auseinander Das ist gar nicht gut Eieieiei Ähm Ah ja Ich kann zurück Setz deine Kräftliebe nur ein Wenn es sein muss Nur um sicher zu gehen Ja, es muss ja sein Aber ich habe keine andere Wahl Meine Kräfte sind schon aktiv Also kann ich sie Auch einsetzen Die Frage ist nur Wie weit soll ich zurückgehen? Diesmal dürfen wir Nur nicht unter der Erde Festsitzen Ja, an den Anfang zurück Ne? Genau Wir müssen Wir dürfen nicht in den Shibuya stream Es muss ja im Moment Nach der Ankunft Am Shibuya stream sein Hm Mein Reaper Radar Schlägt hier an Was wenn er sich unter Wasser Versteckt Muss er irgendwann Luft holen? Moment Seht Seht mal dort Ja Bissen wir schon Er steht offen Der Zugang zum Fluss Und jetzt schickt er mir Wieder ein Selfie Aber wo ist er dann? Das ist Susukishi Und er versteckt sich Er versteckt sich Unter Wasser Stimmt's? Warte Naja Blabliblub Stimmt aber Wir dürfen ihm nicht folgen Wieso denn nicht? Weil es eine Falle ist Wenn wir reingehen Sperrt er uns ein Gesprochen wir Ein wahrer Zeitreisender Warten wir fürs erste draußen Shibuya passiert gleich was Äh und was genau? Weiß nicht Aber wenn wir reingehen Wird die Stadt zerstört Aber werden wir nicht auch zerstört Wenn wir hier rumstehen Jo Ich weiß es nicht Aber Susukishi ist nicht Hier Was kann ich noch tun? Hoffentlich geht es diesmal Besser aus Okay Haben wir da schon ein paar Wieder ein paar Pins bekommen Was machen wir jetzt? Also so hier Na? Nee Moment Jetzt bin ich verwirrt Ah nee Ich muss ja Nur Meine Güte Ich habe es schon so lange Nicht mehr gemacht Oh Okay Jetzt müssen wir abwarten Normalerweise wären wir Strom aufwärts gegangen Aber beim ersten Mal Haben wir es nicht geschafft Richtig? Ich sollte meine Kräfte Zwar nicht einsetzen Aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen Das war schon richtig Um eine bereits zerstörte Stadt Zu kämpfen Hätte keine Sinn ergeben Manchmal lässt sich die Zukunft Nicht vermeiden Selbst wenn du sie Vorhersiehst Damals hatte ich auch ein paar Visionen Ich wüsste nur nicht Was sie bedeuteten Oder in welchem Zusammenhang Sie standen Letzten Endes Sind sie alle eingetroffen Dank deiner Kräfte Können wir aber Für eine bessere Zukunft sorgen Vielleicht Von Susukishi Was schreibt er Seid nicht reingegangen Oder? Reingegangen Sehen uns Sehen uns bei der Autobahn Dann verrate ich es euch Wo Shiba ist Dann auch zur Autobahn Hey, regnet es Sieht so aus Und ich dachte Düsterer geht es nicht mehr Der Lachse wohl falsch Total Es ist so ruhig Das taugt mir gar nicht Das ist nicht mehr Shibuya Die Stadt ist kaum wieder zu erkennen Na los Suchen wir Susukishi Er sagt uns wo Shiba ist Und dann beenden wir dieses Spiel Er bleibt vermutlich An der Unterführung Dort hat es ihm immer gefallen Keine Ahnung Wieso Ist auch egal Gehen wir Okay Dann würde ich trotzdem nochmal kurz speichern Kann man hier runter Wenn ich im Regen stehen müssen Auch wenn wir gleich wieder rauskommen Wo ist er denn? Ah, jetzt sind wir schon wieder im Regen Ja, da ist er Hi, ihr habt mich gefunden Und das schneller als erwartet Ihr hoffentlich wisst Wenn man das Brett kontrolliert Der Regen hat euch doch Keine Probleme gemacht, oder? Kaichi Ich hatte gehofft So weit würde es nicht kommen Aber jetzt seid ihr hier Drehen wir eine Runde Geht klar Skate oder stirb, Yo War sicher eine Menge Arbeit Deinen Dummschädel zu trainieren, Brudi Eigentlich nicht Ich skate hier erst Seit ich sieben bin, Yo Er macht sich über dich lustig, Dumpfbacke Was? Sag mir das mal ins Gesicht, Yo Hab ich doch gerade Ich muss euch warnen Wie getwüst das? Ich hab seit letztem Mal ein Tempo zugelegt Und jetzt, wo die Legende hier ist Muss ich ernst machen Ach komm, wirklich? Ihr seid am Zug, Quistas Amtsoft? Das ist ein scheiß Amt Ich habe das Das ist ein scheiß Amt Ich habe das Someone got a makeover looks like he really ain't messing around this time. Yeah Yo, let's keep it going Ah, there you are. Ah, there you go. Oh, my God. Thanks, but of course... Come on. Here, my turn. Here, go. Okay. 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 Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. KABOOM! Leave it to me, yo! Ha, ha! What's he gonna do now? Hi, or you'll find out. I'm gonna find out. I'll find out. You can really wait until now. What are you gonna do? Don't roll! It's over! Au. It's over! If I go to them, it's over the end. You can get over the end of their day. I will also. Nein! Verdammt, ich bin zu früh. Ja! 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 Lass mich gehen! Danke! Ah! Suckers! Esquizit! All together now! Das war leicht. Wir haben das! Kaboom! Na? Oh, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! NEIN! Wird die anderen angreifen, nicht die... Also die Kugel, weil die... Na ja, wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Ja, haben wir. Gar nicht. Ach komm. Das ging ja auch zu schnell, ne? Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ich bin hier in der Weak-Spot. 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 Das war das. Was ist das? Gut gemacht. Nichts. Am ich gut oder was? Ich bin sicher. Ich bin jetzt. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Nein. Sorry aber. Ich bin mit mir. Ich bin mit mir. Ja. Ja. Ups. Warte, Menü. Warte. Hier, ne? Noch kurz reinmachen. Genau. Okay. Diesmal muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich zu Anfang gleich schon so viel verliere. Ja. Oh Gott. Nein, ich hab doch Ausweichen gedrückt. Oh, anyways. Oh, Toys. Oh, Toys. Lazarus. Oh Gott. Oh, die. Auf geht's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Das ist gut. Oh, komm. Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Und hier ist schon wieder zu viel Finges in deinem Leben, ne? Blöden kleinen Mistviecher hier, ne? Weg da! Nein, Vector! Ah, let me put this! Ah, let me put this! Ah, let me put this in! 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 Let me put this in! Let me put this in! No, we don't have it! No, we don't have it! Not so fast! Vielleicht brauche ich doch einen Heilpimp. Also damit ich mich heilen kann. Jetzt bin ich! Ich kann den besser, als wo er noch so sein Schachbrett hatte und so. Ja, nein, voll rein genug. Wie soll ich das schaffen? Müssen definitiv leveln und was anderes überlegen. Das meinte ich. Deswegen habe ich schon so ein bisschen gelevelt, aber es hat anscheinend immer noch nicht ausgereicht. Ich muss halt wirklich was zum Heilen mitnehmen. Ich kann das auch nicht nehmen nehmen. Ich kann das nicht nehmen. Ich habe jetzt noch Finger. Finger. Gämpfe. Ja, wir sind gleich tot. Na ja, macht nur gewesen, wenn wir da auch mal gehielt wären, ne? Nach dem ersten Kampf, ne? Ja. Ach. So, Krämpfe. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wen ich rausnehme. Welchen Pin? Ich glaube, das Jolperdraht. Ich habe ja irgendwo hier einen Healing Pin, ne? Wenn der dann auf der L-Taste ist. Hm. Oder was ist das hier? Hm. Ich halte nicht einen, der sich auch wieder auf... hier, auf Dings. Ich hatte doch einen zum Heilen, wo auch Dings war, oder nicht? Nee, einmal einsetzbar, genau. Dann war das doch das da unten, ne? Hm. Oh, weil es ein Superpin ist, ne? So, ähm. Affinität hätte ich eigentlich auch wechseln, also, ne, machen können. Egal. Um zu gucken. Eigentlich müsste ich den hier nochmal nehmen, ne? Ich glaube, das andere bringt ja eh nichts. Das sind also nur so Fernangriffe, ne? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht nochmal L1 drücke. Aus Versehen. Oder ich muss halt wirklich nochmal leveln. So richtig hart grinden. I'll bark and no bite, I'd say. Uh... I'm sorry about it! I'm sorry about it! I'm sorry about it! I'm sorry about it! Let's keep it going! Oh. Das ist damit, wo man hat, aber nicht einen, der noch unladbar ist. Oder, warte, weg da, weg da! Oder, warte, weg da! Weg da! Ach so, okay. Ich dachte gerade... Das ist ein bisschen schneller! Weg da! Weg da! Weg da! Okay, ich lebe die Zeit wieder auf... Weg da! Weg da! Mcdow Deckdown! Nein, verdammt, ich hab gedacht, ich krieg das noch hin. Ach doch. Ja, das ist ein. Aber, dass sie mich nicht mehr zurückkehren haben. Ich habe mich nicht mehr zurückkehren. Diesmal sieht es besser aus. Nein. Kannst du es nicht einfach gewinnen lassen, Susi? Es ist ein Witz, oder? Es ist ein Witz, oder? Hey, he's Juu, Juu. I don't know if we can handle this. Just look for a weak spot. I don't know if we can handle this. Wait for more. Ah, gotcha! Oh, yeah! That did we totally suck? I know, right? Let's keep going! Let's keep it going! Fight on! Way to be useful for once. No sweat. Ain't done yet. Yes, got it! I'm impressed. Come on, hang in there! Let's keep going! That was easy. Let's keep it going! Sicher? Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Sollen Sie? Ja, jetzt bin ich mit! Hey, g'n'night! Hey, g'n'night! G'n'night! Hey, Guchikai! G'n'night! 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 Wow, am I good or wrong? We sure are. Let's keep going. 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 Hello. Let's keep going. 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 Let's keep going.